Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Stardew Valley. Wir sind gerade auf der großen Reise, irgendwie tief runter zu kommen. Ohne Treppen. Weil ich klug bin. Wir haben auch keine Treppen. Ist aber schon komisch, irgendwie, so überhaupt keine Treppen zu haben. Brauche ich sonst noch irgendwas? Dynamit. Ja, weißt du was? Ich muss das mitnehmen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Ja, jetzt sieht meine Frisur richtig kacke aus. So, jetzt haben wir einen Papagei, der Stufe 1 hat. Ja, gut. Das kann ich hier reinpacken. Das auch. Die Flower Power packe ich mal kurz hier rüber. Dann geht es ab in die Höhle. Vorher noch den Rock weg. Dann sind wir soweit. So. Schnibidi, schnabidi, schnupp. Okay. Cola, bitte. Und wir haben Glück. Oh, das ist gut. Ah, Glücksessen. Wieso sagt niemand im Chat was? Ich brauche Glücksessen. Wer weiß, was uns heute erwartet. Da. Ja, das reicht. Zwei Stück. Das reicht. Okay. Ein bisschen Kaffee. Ein bisschen Speedbuff. Hier kurz gucken. Also, hier ist nichts. Stimmt. Okay. Hi, Pam. Ich fahre mal mit dem Zug. Mine. Okay. Äh, kurz Glücksessen. Was will denn der Kleine von mir? Ups. Autsch. Komm, ich will nur runter. Perfekt. Perfekt. Wo sind die Treppen, wenn man sie benötigt? Oh, ich habe sehr viel Glück. Oh. Oh, da ist eine Treppe. Das ist ein besonderer Schleim. Da. Seit wann droppen die in einen Autostreichler? What the fuck? Die troppen einfach einen Autostreichler. Das ist ein besonderer Schleim. Das wusste ich nicht, dass das geht. Aber let's go. So nice. Ja. Oh mein. Gott. Vor allem, ich bin in der ersten Schicht noch. Was kommt denn, wenn ich in der nächsten Schicht bin? Ah. Ein bisschen Uran. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Kaum ne Treppe. Toll. Danke. Treffen nichts. Wenn ich so viel Glück habe, ist hier nichts drin. Cool. Ich dachte, da kriege ich irgendwas. Schnibidi, schnabidi, schnupp. Okay, ein bisschen Kupfer. Kann ich immer gebrauchen. Was ist das denn? Grünes Froschei. Yes. Beschwör einen hungrigen Froschbegleiter herbei. Ja, den wollte ich immer. Weil der ist ultrasüß. Hit. Froschi. Ja. Friss. Wieso frisst er ihn nicht? Ist er noch zu klein? Muss der groß werden? Ja, er hat ihn. Er ist so süß. Froschi. Froschi. Ja. Mit der Frise sieht das doch so cool aus. Ah, okay. Sorry. Ja. Ich habe gerade sehr viel Glück. Aber gibt es da bessere? Ich weiß, der bringt jetzt eher... Eher wenig. Komm, verdau. Kommt da manchmal was raus, wenn er sich verdaut? Nichts. Sind die dann einfach tot? Guten Appetit. Ist halt süß. Das ist der Papagei immer noch effektiver, glaube ich. Aber er sieht halt so süß aus. Guten Appetit. Aber in so ein paar gewissen Situationen könnte der echt praktisch sein, wenn der so Drachen fressen kann. Er muss sich halt schneller vertauen. Er muss richtig hungrig sein. So. Froschlord. Friss. Ah, schön. Ah. Hey, den wollte ich jetzt gerade. Froschkopf. Ich habe jetzt eine Konkurrenz bekommen. Okay. Aber zum Arbeiten... Was passiert, wenn er die frisst? Okay. Ein Dreier-Stack. Froschi. Respekt. Du bist echt ein hungriger Frosch. Er ist irgendwie richtig süß. Und er hält mir so ein bisschen Ärger vom Leib. So, komm, wird schlank. Kannst du gleich wieder essen. Das ist jetzt meiner. Ja, sehr gut. Runter. Ich wag ihn. Er ist einfach so süß. Vor allem, wenn er so dick ist. Guten Appetit. Okay. Ciao. Ich bin raus. Ich hau rein. Nächste Tiefenschicht erreicht. Wir müssen morgen richtig ackern. Um die Mission zu erreichen. Autsch. Froschi. Hilf mir. Da, friss. Bester Frosch. Oh, ich muss essen. Ich muss ordentlich essen. Froschi. Hilf mir. Danke. Best Friends. Lucky und Frosch. Hey. Zu zweit schaffen wir alles, fruggig. Schade, dass man da aber nicht rausbekommt. Jetzt ist das Glück weg. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Appetit. Äh. Da. Guten Appetit. War ich hier schon irgendwo der Ausgang? Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Ich habe immer nur auf den fetten Bauch meines Frosches geachtet. Hier, iss. Danke. Weil der macht kurz einen Prozess. Froschi. Ey. Kaum gekommen, schon gefressen. Okay. Na, die rote. Ach, komm. Ich brauche die eine Schriftrolle. Habe ich jetzt Froschi was weggenommen? Ja, hier. Friss. Froschi ist sehr hungrig. Ich habe jetzt nicht viel erreicht, ne? Cool wäre es, wenn ich noch eine Schicht runterkomme. Okay. Easy peasy. Äh, ja. Ich weiß ja nichts. Froschi, du bist mir ein bisschen zu gierig. Ich will die auch töten, ne? Das schaffe ich nicht mehr, ne? Hm. Das schaffe ich nicht. Froschi, ab nach Hause. Ja. Schau mal zu, Froschi. So geht es mir immer. Ich lege mich einfach irgendwo in den Dreck. Ah, okay. Ich liebe Froschi. Äh, der wollte ich von Anfang an. Hat der aber bis jetzt alles andere außer Froschi. So, äh. Heute ist Jahr der Tag. Heute müssen wir los. Wir holen noch ein bisschen Käse ab. Sollte gehen. 65 Milch. Ja. Gut. Ja, Leute, ihr wisst, was das heißt. Wir haben jetzt einen Autostreichler. Für die VIPs. Für den zweiten Raum, bitte. So, hier. Das kommt. Nein, das bleibt hier. Das hier. So, Froschi. Das ist der Streichelparadies. Ah, okay. Schön. So muss das laufen. So, das kann weg. Das auch. Milch kann auch weg. Sehr gut. Ah, Turtle. Leider geht das nicht. Ah, Mist. Hm, hm, hm. Okay. Froschi ist auch ordentlich schnell. Ob es da noch ein weiteres Level gibt? Super Froschi. Super Yoshi. Okay, äh. Das gebe ich mal alles ab. Was mache ich wieder mit den ganzen Waffen? Warte mal. Ich brauche hier nicht. So, die stelle ich mal hier hin. Die wird rot. Für Blut. Das Blut meiner Feinde. So, dann kommt das hier rein. Passt das? Ist das die neue Waffenkiste? Walschkiste? Ja. Da kommt das rein. Da habe ich noch was vergessen. Schleim. Und hier. Das brauche ich nicht. Das auch nicht unbedingt. Ich brauche jetzt aber Glück. Glück brauche ich. Warte mal. Bitte, bitte gebt mir Glück. Cola. Ah, heute kein Glück. Schade. Aber was wollte ich jetzt? Ich wollte jetzt noch irgendwas hier drüben. Achso, Glück. Glücksessen. Brauche ich. Kann ich auch irgendwas cooles herstellen? Habe ich irgendwas geiles, was für Glück hier ist? Ah, da, 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 da. Glück, Glück, Glück. Viermal fischen ist auch cool. Hä? War das Glück? Das ist nicht mal hier. Ich habe immer noch nicht die Kürbissuppe, oder? Ein Glück. Ah, das da. Deswegen habe ich die Blumen da gemacht. Stimmt. Seegurke. Haben wir Seegurken als Zucht? Haben wir, glaube ich, nicht, ne? Gelbe Seegurken. Das sind die Dinger. Doch, wir haben die als Zucht. Äh, wie kann ich die da... Das war angeln, oder? Okay. Ich hole zwei raus. Okay. Äh, wir haben... Wir haben genug, um das Zeug herzustellen, oder? Weil die Blumen habe ich ja... Ich habe die aber nicht verkauft, oder? Ich habe jetzt gerade so im Kopf... Nee. Ich habe die nicht verkauft. Gut. Äh. Nehme ich mal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich brauche. So, für ein Essen wäre das cool. Was? Was fehlt denn? Tortillas. Okay, Tortillas kann ich doch herstellen, oder? Meis. Äh. Okay. Habe ich kein Mais? Habe ich mein ganzes Mais verkauft? Ich glaube schon. War ich so doof? Ich habe mein Mais verkauft. Es tut so weh. Kann ich nicht Tortillas kaufen? Hmm. Tortilla. Habe ich nicht irgendwo ein bisschen Mais? Hmm. Was mache ich jetzt? Wo kriege ich jetzt ein bisschen Mais her? Was ist heute Sonntag? Tortillas habe ich ja nirgendwo einfach irgendwie reingeballert. Wieso auch? Ich bin so doof. Äh. Ich schaue mal ganz kurz nach. Ja, Pam. Ich komme gleich. Obwohl, ich mache das schnell. Äh. Heute ist nämlich der letzte Tag für die Mr. Queen Mission. Ist auch blöd. Ich habe nicht allzu viel Zeit. So. Ja. Du hast keine Tortillas zufällig. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Wo kriege ich jetzt Mais her? Ich gehe jetzt kurz zu Pierre. Aber ich glaube nicht, dass der Mais hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder kann ich... Nee. Das funktioniert ja so nicht. Aus was anderem. Wo könnte ich Mais herbekommen? Nein. Froschi isst ja jetzt jeden Schleim. Stimmt. Nein, Froschi. Nicht essen. Okay, ich kann jetzt alles über das ganze Jahr kaufen. Das ist toll. Äh. Dafür... Ich bräuchte Mais. Das bringt mir jetzt nichts. Weil das nicht wächst. Das heißt, ich kriege das Glücksessen jetzt so oder so nicht zusammen. Okay. Hi, Hayley. Also, ja, komm. Ich gehe jetzt einfach hoch. Äh. Lass mich in Ruhe. Froschi, hilf mir. Friss. Friss. Ah, wie süß. Immer so klein und dann groß. So. Ab in die Mine. Glücksessen brauche ich nicht, weil ich werde jetzt einfach nur runtergraben. So. Leben habe ich genug, theoretisch. So. Zehn. Mist. Mist. So. Ein bisschen muss ich dann ja noch kämpfen. Aber das ist egal. Ah, da war eine Treppe. Okay. Ich muss einfach nur runter. Einfach den Höhlengeräuschen nach. Mist. So. Hier muss ich auf jeden Fall schnell wie möglich durch. Ach, da war direkt eine Treppe neben mir. Wieso habe ich die nicht genutzt? Ja, okay. Hier wäre halt eine Bombe witzig. Habe ich aber nicht. So, hier. Hier könnte ich coole Dinge bekommen. So, vielleicht nachher. Gut, drei Treppen gebaut, keine erwischt. So. So. Also das muss hier halt das Paradies für Froschi sein. Hier überall Geister. Okay. Wir haben jetzt schon 60. Also das können wir jetzt nur noch schaffen. Äh. Natürlich. Wo ist die Treppe? Hier. Danke, Froschi. Kann Froschi auch die Geister essen? Und zählt das, wenn Froschi jemanden tötet, als ein Kill von mir? Das wäre schon interessant. Interessant zu wissen. Froschi ist mal ein Skelett. Ja, Froschi gut. Ich hoffe, es schmeckt. Froschi ist einfach cool. So. Ja. Okay. Wir haben hier eine Treppe gespart. Und wieder eine rausgehauen. Das ist super. Okay. So. Wir haben die 90. Ja, das schaffen wir. Ich sollte meine Treppen langsam ausgehen. Das wäre toll hier, aber... Ah, ja. Froschi wollte ich ihn gerade essen. So, ist vorbei. Nein, oder? Äh, ich kann jetzt noch Käse essen, oder? Ja, das geht. Was für ein Debuff hatte ich gerade. Hm. Okay. Jetzt müssen wir uns runtergraben. Ja, Froschi. Guten Appetit. Ich liebe Froschi. Froschi ist super. Er hält mir den Ärger vom Leib. Autsch. Froschi. Iss. Danke. Aber es sind zu viele. So. Nächste Tiefenschicht. Habe ich Bomben bekommen? Nö. Schade. Jetzt ist es halt blöd, runterzugehen. Ah. Aber es ist nicht mehr viel. Bitte schaffen wir das noch. Oh. Das ist auch so ein Ding. Danke für den Bomber. Danke, Froschi. Okay. Hier einfach mal und ein bisschen Käse essen. Und da war jetzt keine Treppe. Oh, das wird jetzt noch mal knapp auf die letzten Meter. Ah, das schaltet die Fähigkeiten der Ringe aus? Interessant. Loll. Das zappen Tuster hier. Ey, das war mein Stein. Froschi ist einfach alles. Ach komm, ich muss weiter. Danke. Das darf doch nicht wahr sein. Habe ich so viel Pech, dass ich jetzt nirgendwo runter kann? Bei den letzten Metern. Ah, hier. Ja. Ja, die Fledermaus ist gleich weg. Die wird verspeist von Froschi. Ah, Froschi daneben. Äh. Du musst zuerst hier durch. Froschi regelt. Und hier. Es ist einfach witzig zuzusehen, wie Froschi einfach hier alle einfach lebendig ist. So. Danke. Hier wird doch irgendwo der Ausgang sein. Ah, natürlich. Jetzt komm. Da machen die auch noch Schaden. Okay, Froschi ist klein. Komm, Froschi, iss. Danke. Ich schaff's nicht. Mist. Es dauert zu lang. Wart mal. Äh. Wir haben doch genug Steine. Eine Treppe. Gut. Nee. Es ist einfach nicht ausgegangen. Ich schaff jetzt nicht 15 Schichten. außer hier kommen jetzt nur noch Treppen. Nee. Kann ich nicht schaffen. Nee. Ist verloren. Mist. So knapp. Ich wollte es schaffen. Oh, ich darf ja Froggy jetzt auch nicht in der Zoo mitnehmen. Okay, Froschi ist ein bisschen gefährlich. Für die Aufgaben. Wofür ich ihn Ja, ich muss den halt austauschen. Froschi ist nämlich hungrig. Ja, gut. Zehn Schichten hätte ich jetzt noch schaffen müssen. Mist. Schade, schade. Schade. So, Froschi. Wir haben das nicht geschafft, was ich schaffen wollte. Das hier. Jetzt dachte ich ganz kurz, Froschi läuft weg und verschwindet. Okay, das hier ist schon toll, dass das wie eine Mauer fungiert. So, ich brauche jetzt Felder. Ich brauche Batterien. Ich brauche Iridium. Ich brauche alles. So, sind die hier schon gewachsen? Ein bisschen. Oh, der ist ein bisschen gewachsen. Ui, das ist gut. Aber wir haben ja nächste Saison jetzt. Uh. Okay. Es steht jetzt viel an. Wieder. Steiner, das hier. Okay. Dann kann ich das hier. Und die nehme ich mit. Ich komme nämlich nicht mehr hierhin. So. Und ich würde hier auch das rausnehmen und hier rein. Okay. Habe ich ein bisschen Iridium noch auf Lager? Scheint nicht so. Aber ein bisschen Gold hätte ich auch. Ich habe alles schon darüber gelegt, ne? Ich brauche mehr Iridium. So. Okay. Da kommt jetzt einiges nach. Nein. Ich würde hier ein bisschen Jade einsam. Jetzt war die Jade eigentlich komplett umsonst auch. Hm. Auch nicht gut. Okay. Ich brauche Mais. Ich brauche Maisfelder. Ich brauche Felder und das heißt ich brauche Sprinkler. Dafür brauche ich Gold. Okay. 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 Das heißt Gold sollte ich auch herstellen. Das wird als nächstes hier. Dann ähm das wollte ich nicht, das da Okay. Habe ich nicht viele Irgendwo hatte ich doch Sprinkler oder habe ich die alle verkauft? spinnig wahrscheinlich. Hm. Okay. Äh. Ein Sprinkler reicht eigentlich überhaupt nicht. Iridium kann ich so nicht herstellen aus Gold oder? Ja, komm. Äh. Ich gehe jetzt rüber und dafür brauche ich Blueberries. Da. Und jetzt drüben werden die hier auch fertig sein. Für Gas habe ich jetzt ganz viele Orangen wie es aussieht. so. Okay. 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 Läuft alles? Ja. Ich sollte da auch eine Kiste reinstellen für die Blueberries. Genau. Wo habe ich denn hier eine Kiste? Jetzt habe ich das schon wieder vergessen, ne? Hier eine grüne Kiste die mit der Insel verbunden ist. Da könnte ich doch die Blueberries reinsetzen. Und dann könnte ich die immer hin und her schieben. So. Den Rest kann ich hier verkaufen theoretisch. Die Felder muss ich schauen. Was machen wir jetzt im Sommer? Mais könnten wir anbauen, oder? Mais ist im Sommer. Stimmt. Äh. Das verkaufe ich. Das auch. Das auch. Wir können jetzt Mais. Okay. Was macht hier ein Stein? hier sonst noch was? Okay. Jetzt wieder schön ver... Achso. Ich muss noch nicht aufpassen. Ich dachte ganz kurz... Könnte gefährlich sein. Nein. So. So. ist das noch gießen. Mal aufhören. Okay. Jetzt gerade wieder ein bisschen entspannter. Okay, da. Was haben wir denn hier drin? Ach, das. Okay, dann kommt jetzt hier Mais rein. Also, das Mais wächst ja im Sommer, oder? Ah ja, so Sommer und Herbst. Wann ist es hier im Sommer oder Herbst? Ja, okay. Okay. Ja, schnibidi, schnabidi. Wir haben auch noch ein bisschen was im Lager, glaube ich. Wenn es mich nicht ganz täuscht. Da kommt der Zug. Also, falsches Lager. So. Hier sollte er auch noch 70 Mais. Es gibt ja nur so einen Dünger, der was Dünger verbreitet. Gibt es etwas bei Study Valley, was Saat verbreitet? Saatgut? Ich glaube nicht, ne? Okay, das reicht aber, wenn wir das da unten lassen. So, jetzt hier noch. Okay. So. Was pflanzen wir hier ein? Es ist schon 15 Uhr. Wir sollten gleich schauen, was wir einpflanzen. Äh. Raditien-Saat. Blueberries könnte ich noch einpflanzen. Könnten die noch immer wachsen? Oder mache ich hier wieder Blumen? Habe ich noch Feensaat hier irgendwo? Ja, Feensaat. Sie im Herbst. Also erst Herbst. Ja, da machen wir die. Aber auf der Insel fangen wir früher an. Im Sommer, ja, die könnten wir mal. Was haben wir noch? Sommer, ja. Einfach so bunt. Wir hauen da jetzt einfach alles rein. Wir haben genug. Okay. Das heißt, ich kann hier einfach drauf loslegen. Und Froschi ist immer dabei. Okay. Das muss nicht sein. Wer hat hier einen Stein hingelegt? So. Äh. Hier muss ich noch den Weg machen, ne? Froschi könnte... Froschi kann ja auch die Lava-Dinger essen. Das ist ja ultra praktisch, ne? Diese Ultra-Nerven. Die kann er fressen. Oh, Froschi. Es liegen noch große Zeiten vor dir. Ah. Okay. Oh. Und ich sehe gerade, Leute. Das war es auch wieder mit der Folge. Das ging jetzt schnell. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und vergesst die Glocke nicht. Dann verpasst ihr keine Folgen mehr. Und in der Infobox seht ihr Livestream-Termine. Schaut mal rein. Sind nette Leute. Wenn ihr mal da seid. Würde mich freuen. Hau euch lieb. Ciao, ciao.